Früher war ich mal Bauer, wenn ich so auf mein Leben hinschaue, bin ich gar nicht glücklich. Ich habe alles verkauft, die Viecher, die Felder, die Traktoren, die Mähdrescher. Ein kleiner Gauner bin ich schon, aber meine Menschenkenntnis bescheißt mich nie. Wir kriegen eine Agrarförderung, obwohl wir seit 15 Jahren keine Wirtschaft mehr führen. Alles ist in Aktien angelegt. Wenn uns wer von der EU überprüft, sind wir aufgedeckt. Es ist zu spät, ich spür's, er kommt, das große Nockerbatzl. Ich seh seine Finger, er greift nach mir. Der große Ackermann, der Umfurcher, der Mähdrescher, der tot mit seinem Kürbischschädel. Er bockt mich. Lass mich aus, ich bitte. Nimm Freize Angela giving. Untertitelung des ZDF, 2020